Hallo miteinander, ich bin Ftau Zomi, ich mache die Lehre als Unterhaltspraktiker beim Sulzermex Tech AG und heute sage ich euch meinen Alltag. Unterhaltspraktiker sind allrounder. Zu meinen Aufgaben gehören Wartungsarbeiten um in und auf den Gebäuden. Wenn du handwerklich geschickt und motiviert bist, ist die Lehre als Unterhaltspraktiker das Richtige für dich. Die Außenarbeiten verändern sich mit den Jahreszeiten. Auch die Wartung von technischen Anlagen gehört zu meinem Alltag. Ich finde meine Arbeit cool und arbeite gerne beim Sulzermex Tech. Jetzt habt ihr meinen Alltag gesehen. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerbt euch. Ich bin jemanden aus. Ich bin jemanden des Unterhaltspraktiker. Ich bin jemanden des Unterhaltspraktiker. Ich bin jemanden des Unterhaltspraktiker. Wie lange aus.